Was ist transdisziplinäre Didaktik? Klimawandel, Migration, Umweltkonflikte, Gesundheit, Urbanisierung. Die großen Herausforderungen der Gegenwart. Und alle suchen nach Antworten. Dafür brauchen wir wissenschaftliche Methoden, Kommunikation und Expertinnen und Experten. Solche, solche und manchmal auch solche. Okay, worüber reden wir hier überhaupt? Wir fragen uns, welche Art von Wissenschaft und Didaktik brauchen wir, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Wir suchen nach akademischem Lernen, das nicht nur in Laboren, auf dem Campus oder allein unter WissenschaftlerInnen stattfindet. Sondern ein akademisches Lernen, das die Grenzen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft überwindet. Kooperativ, lebensweltlich und inklusiv. Eine transdisziplinäre Didaktik. Wissenschaft sammelt, lehrt und verwahrt Wissen. Sie systematisiert, kategorisiert und ordnet es in Fachdisziplinen. Und das geschieht oft hierarchisch. Dabei nehmen an der Wissenssuche meist nur AkademikerInnen teil. Andere Wissensressourcen spielen oft keine Rolle. Die Frage ist, wie schaffen wir Wissenskulturen, in denen sich akademisches Wissen, Praxis- und Erfahrungswissen ergänzen? Damit Wissenschaft, Berufs- und Alltagswissen aufeinandertreffen können, braucht es Orte, an denen man sich begegnet. Offene Werkstätten oder Makerspaces sind solche Orte. Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien kommen hier zusammen, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und zu testen. Eine neue Innovationskultur entsteht. Eine Kultur, in der Wissen gemeinsam produziert wird, nicht mehr allein im Rahmen von Disziplinen. Wissenschaft hat eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wie sehen eine sozial gerechte Stadtplanung oder nachhaltiger Konsum aus? Fragen, die man im Lernlabor einer Shopping-Mall ganz anders diskutieren und erforschen kann als auf dem Campus. Der Kreis der Beteiligten wird erweitert. Erfahrungswissen und eine interessierte Öffentlichkeit werden mit einbezogen. C. Vielfalt der Wissensressourcen. Transdisziplinarität ersetzt keine fachlichen Disziplinen. Sie ergänzt sie. Durch berufliches, Alltags- und Erfahrungswissen. Wenn beispielsweise Simra gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Daten über Fahrradfahrten sammelt, können Gefahrenstellen besser erkannt und die Situation verbessert werden. Forschung, Lehre und Studium gewinnen so an Stärke, Effizienz und Legitimität. Denn wissenschaftliches Wissen ist nur eine von vielen verfügbaren Wissensressourcen. Und was heißt das jetzt? Transdisziplinarität heißt Forschen in und mit der Gesellschaft. Es geht dabei um neue kreative Lehr- und Lernformate an Hochschulen. Es geht um eine Wissensproduktion, die lebensweltliche Probleme gemeinsam mit der Gesellschaft bearbeitet. Über akademische Disziplinen und Universitätsgrenzen hinaus. Damit wir tragfähige Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit finden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020